So, und jetzt dachte ich mir, ja, machen wir ein neues Video daraus, weil ich dürfte es jetzt noch mal ein paar Mal machen, dieses Hin- und Zurückfahren, weil die Kameraoptik sorgt. Na egal, wir gehen hier einfach rein. Sie rüsten Yamato aus, weil das ist am effektivsten gegen diesen Gegner, der jetzt gleich kommt. Ja. Autsch. Ja, deswegen ist es auch am effektivsten, weil es hat den besten Radius, sag ich mal so. Was? Wieso hat er mich getroffen? Der Spast. So. Nein, okay. Ja, komischerweise ist Beowulf wirklich leicht mit Virgil, auch nur wegen Yamato. Es ist wirklich nur wegen Yamato, dass er so leicht ist. Ich frage mich immer noch, wieso? Wahrscheinlich wegen dem Radius. Ja, natürlich, er trifft mich. Ja, aber jetzt kommt springen, nein. Jetzt springst du nicht. Wow, 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 nan. Kleiner, oh, kom her. Du, kleiner Wolf. Oder was sollst du überhaupt dastehen? Sollst du einen Wolf dastehen? Nee. Was bist du? Ich mein, du heißt Beowulf. Du weißt, wie nackt der Kerl, der immer gerne winkt. Hm. Scheiße, 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 scheiße. Ja. Haben die sich toll ausgedacht. Diese Attacke ist wirklich die toll... Was? Nein! Nein, nicht! Heute geht alles schief. Okay. Ich wollte mich eigentlich heilen. Aber es ist ja ganz schön schwach, gegen Beowulf zu heilen. Ist mir egal. Ich spiel ja auch irgendwie hier nicht vorsichtig. Ich spiel... Drauf, ruf hier! Yay! So spielt man ja eigentlich auch nicht gegen Beowulf. Von daher... Man spielt ein bisschen vorsichtiger. Normalerweise. Normalerweise. Vielleicht bist du tot. Stirb! Tot. So. Yay! Holen wir uns das Ding und... Blablabla... 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 Wieso habe ich... Hä? Wieso habe ich zwei Objekte verwendet? Ich habe doch gar nicht zwei Objekte verwendet. Hä? Okay. Egal. So, ich hole mir aber nochmal jetzt so ein Objekt hier. Und zwar eine große Lebenskraftkugel. Hm, 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 hm. Wieso? Keine Ahnung. Ich habe einfach Bock dazu! Yay! Äh... Ja, ich kann sowieso nichts holen. Von daher... Blablabla... Auftakt beginnen! Ja, blablabla... Oh mein Gott! Ja, hm... Wir rennen. Wir haben unendlich Devil-Modus! Yay! Hm! Okay, jetzt... Jetzt kann ich zurückfahren! Yay! Toll! Es funktioniert! Ja, noch länger und ich bin gleich tot. Hallo, wieso... Ich wollte schon sagen, wieso... Wieso siehst du... Wieso siehst du den nicht an? Also... Du hast keinen Grund, ihn nicht anzuvisieren. Er hat dir alles getan. Er hat deine Mama getötet. Ja, 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 ja. Er hat deine Mama beleidigt. Hallo! Wie seht doch mal jetzt die Gegner... Oh mein Gott! Wie seht die Gegner nur an, die hier auf diesen komischen Dingen sind, ey! Das kann ja aber nicht wahr sein. Na, egal. Tot! So. Yay! Oh, was? Yay! Yay! Hab ich grad Schall bekommen? Ach, egal. Yay! So die ganze Zeit rumzulaufen macht irgendwie Spaß. Ich weiß auch nicht, wieso. Hat was. Naja, egal. So. Ja, jetzt bin ich wieder da. Huh. Yippie. Ich hole mir das Ding da unten. Yay. Grüne Kugel. Wieso auch immer. Wieso hole ich mir die überhaupt. Das bringt sowieso nichts. Mein Name ist sowieso gleich gefickt. Was? Wie? Ach komm, hier nicht die zwei Reaper sogar. Oh mein Gott, ich hab alles vergessen. Egal. Ja, komm her, los. Ah, mein Gott. Lalalala. Auch wenn Reaper kommen würde, ich könnte ihn nie mal hören. Das ist hier viel zu laut. Yay. Da wurde ich wieder getroffen, oder was? Ja, muss ich ja. Also hier hätten wir ruhig ein paar Reaper reinsetzen können. Das wäre irgendwie kein Problem gewesen, weil Devil-Modus sowieso nicht. So. Einfach durchrennen. Renn durch! Lauf! Lauf! Lauf, Johnny! Lauf! Wieso Johnny? Wer ist Johnny? Was? Zur Hölle. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe, weil er keinen Doppelsprung beherrscht. Es gibt für mich genug Gründe zu sterben, aber Doppelsprung zählt nicht... Oh mein Gott! Also irgendwie akzeptiere ich nicht, dass ich durch Doppels... durch einen nicht vorhandenen Doppelsprung sterben soll. Oh, springen ist so eine Bitch, ey! Springen ist so eine Bitch! Alter! Wie komme ich da hoch? Wie komm... Wie komme ich da hoch? Ich sterbe gleich! Nein! Nein! Ich will nicht sterben! Ich bin noch zu jung dafür! Nein! Oh mein... Ey, hallo? Jetzt... Oh ja, jetzt auf einmal! Oh... Ficken! Oh mein Gott! Oh! Ich starte gleich diese Mission neu und dann mache ich das... Offscreen! Das... Ey, ich schaffe das nicht! Ich schaffe das nicht! Ey, hallo? Virgil, du bist so eine verfickte Pussy! Ey, du kannst kein... Fuck! Fuck! Ich sterbe gleich! Ich sterbe gleich! Ich sterbe gleich! Ich sterbe gleich! Oh mein Gott! Okay, ich mache hier mal kurz Klausel! Oh mein Gott! Ich sterbe gleich! Ich sterbe gleich! Ich sterbe gleich! Vielen Dank.